Ist Tokyo Ghoul wirklich die schlechteste Anime-Umsetzung der letzten Jahre, wenn nicht sogar generell? Und damit Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir mal ein bisschen über dieses Thema sprechen wollen. Ich will ein paar Vergleiche machen, weil Tokyo Ghoul Re ist ja gerade aktuell in aller Munde, vor allem weil die Anime-Adaption nicht bei allen sonderlich gut ankommt. Ja, ich sollte sogar sagen, bei den meisten nicht gut ankommt. Deswegen will ich mir in dem heutigen Video hier mit euch mal anschauen, was macht eine gute Anime-Adaption eigentlich aus? Meiner Meinung nach, ja, sage ich ganz klar, was macht eine gute Anime-Adaption aus? Und ja, was befolgt davon Tokyo Ghoul Re? Inwiefern kann man sagen, dass Tokyo Ghoul Re eine gute Adaption ist oder auch eine schlechte? Das schauen wir uns an, anhand von vier Punkten. Wir schauen uns einmal den Art-Style an, der adaptiert wird aus dem Manga. Dann schauen wir uns die Animationen an. Dann schauen wir uns die Story an, wie die adaptiert wird. Und letztlich noch die Musik. Damit wir ein gutes Beispiel haben, wie es laufen sollte, nehme ich natürlich, weil das für meinen Kanal natürlich typisch ist, Attack on Titan. Denn Attack on Titan ist meiner Meinung nach eine der besten Anime-Adaptionen, die es da draußen gibt. Und das sogar ohne große Frage, ja, das kann man ganz klar sagen. Denn bei Attack on Titan kann man natürlich noch ein bisschen, ja, spekulieren, beziehungsweise diskutieren. Zum Beispiel beim Art-Style. Das ist ja der erste Punkt, den ich gerade genannt habe. Und der Art-Style im Manga von Attack on Titan ist ein anderer als im Anime. Das ist sogar häufig so, Leute, ja, es wird nicht immer der Art-Style eins zu eins eingefangen. Manchmal ist es so, dass der Art-Style besser im Anime aussieht und manchmal sieht er schlechter aus. Ich persönlich würde zum Beispiel sagen, dass der Art-Style im Anime von Attack on Titan besser aussieht als im Manga. Trotzdem mag ich auch den im Manga. Ich mag diese dreckige Art, die man im Manga hat. Aber trotzdem ist das Ganze im Anime von Attack on Titan besser umgesetzt. Es sieht alles irgendwie klar aus. Es sieht atmosphärischer aus. Und das gefällt mir so. Deswegen ist der Art-Style bei Attack on Titan zum Beispiel sehr, sehr gut adaptiert worden. Beziehungsweise besser adaptiert worden, als er das zum Beispiel im Manga war. Ähnliches gilt hier natürlich auch für die Animation. Na klar, Leute. Der Manga kann keine Animation haben. Ja, da gibt es keine bewegten Bilder. Daher ist das natürlich noch so eine kritische Sache. Aber trotzdem gibt es eben Animationen, die sehr flüssig sind. Und dann gibt es Anime, die, naja, aus gefühlt nur Standbildern bestehen. Und da ist Attack on Titan eben auch wieder so, dass wir sehr, sehr gute Animationen haben. Ich nehme nur mal die aktuellste Staffel, Staffel 3 jetzt, als Beispiel. Die ersten beiden Folgen, was wir da gezeigt bekommen haben, Leute, war ein Feuerwerk der Animationskunst und war einfach nur bombastisch. Und so muss es laufen, Leute. Hier wird nicht nur der Art-Style sehr, sehr gut rübergebracht, also dass die Charaktere sehr gut und detailliert aussehen, sondern halt auch noch, dass die bewegten Bilder, die Kämpfe oder die schnellen Aktionen, dass die sehr, sehr gut und flüssig rübergebracht werden. Das hat auch Attack on Titan sehr, sehr gut geschafft. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt mit dem Story-Aspekt. Und das ist etwas, wo natürlich selbst in der Attack on Titan Community die Leute ein bisschen kritischer sind. Heißt, dass die Leute sagen, hm, das hat mir jetzt nicht so mega gefallen, dass hier und da eine kleine Änderung gemacht wurde. Aber schon seit Staffel 1 gibt es bei Attack on Titan Änderungen. Zwar nur kleine, aber feine. Aber das sind meiner Meinung nach zum Teil Quality of Life Changes, ja, die das Ganze verständlicher machen. Ja, die wirklich die Serie ein bisschen verständlicher für den Zuschauer machen und vielleicht sogar ein bisschen ansehnlicher machen. Klar, Staffel 3 hat in Anführungsstrichen den Vogel abgeschossen und hat sehr viel geändert. Aber hauptsächlich auch in der Reihenfolge einfach nur geändert, wie das Ganze abgehandelt wurde. Aber eben auch ein paar relevantere Sachen, wie zum Beispiel die Sache mit Historia, dass sie nicht von Levi an die Wand gedrückt wurde und hochgehoben wurde. Das aber nur mal jetzt mal als ein Beispiel. Ansonsten ist der Attack on Titan Anime bombastisch umgesetzt worden von Studio Wit. Da kann man, glaube ich, nicht großartig viel gegen sagen. Da sind, glaube ich, die meisten meiner Meinung nach. Auch wenn es immer noch den einen oder anderen gibt, der sagt, ja, der Anime von Attack on Titan, da gefällt mir die Umsetzung nicht so großartig. Aber wir müssen ja mal schauen, wie sieht das Ganze im Manga aus und wie wird das Ganze im Anime umgesetzt. Und da ist Attack on Titan schon ein gutes Beispiel, auch bei der Musik, die natürlich auch beim Manga nicht vorhanden ist. Aber die Musik bei Attack on Titan untermauert das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Ja, schon fast perfekt. Hiroyuki Sawano ist ein unglaublich guter Komponist und gerade bei so epischen Serien wie Attack on Titan ist er sehr, sehr gut aufgehoben. Anders sieht es dann natürlich bei Tokyo Ghoul aus, denn darüber sprechen wir. Das ist ja auch, glaube ich, das Hauptthema dieses Videos. Das heißt, glaube ich, das ist das Hauptthema dieses Videos, weil es einfach gerade wirklich im Fokus ist. Überall kriegt man das mit, wie die Manga-Leser den Anime haten, zum Teil sogar die Anime-Zuschauern mittlerweile sagen, ganz ehrlich, das ist doch einfach nur noch Bullshit. Das sorgt natürlich für einigen Diskurs, den wir hier haben und deshalb wollte ich das Ganze einfach mal aus diesem Blickwinkel betrachten, bezüglich der vier Punkte, die ich hier gerade genannt habe. Erster Punkt, der Artstyle, Leute. Der Artstyle bei Tokyo Ghoul ist in Manga-Form ein besonderer, wie ich persönlich finde, weil Sui Ishida, der Zeichner von Tokyo Ghoul, sehr malerisch zeichnet. Finde ich persönlich. Gerade noch im normalen Tokyo Ghoul, jetzt nicht Tokyo Ghoul Re, aber im normalen Tokyo Ghoul, hat er das Ganze sehr malerisch gestaltet. Heißt, es sah sehr künstlerisch aus. Es sah nicht stereotypisch mäßig von Manga aus. Es war nicht dieser klassische Anime-Style mit den großen Kulleraugen, ihr wisst, was ich meine, sondern es hatte etwas Besonderes, etwas, was man nicht überall gesehen hat. Klar, das hat sich zum Ende des Mangas ein bisschen geändert, weil ich glaube, da hat Sui Ishida auch nicht mehr so Bock auf Tokyo Ghoul gehabt, aber alles in allem ist das doch trotzdem noch eine sehr, sehr gute Art gewesen zu zeichnen, auch bis zum Ende noch. Und wenn man sich das mal anschaut, wie das im Anime umgesetzt wurde, kann man sagen, dass der Tokyo Ghoul Anime einen sehr generischen Style bekommen hat, wie ich persönlich finde. Also es sieht sehr Anime-typisch aus. Es sieht nicht so besonders aus, wie im Manga von Tokyo Ghoul. Es sieht halt so aus, es könnte auch aus jedem x-beliebigen Anime stammen. Du sagst nicht, wenn du diesen Art-Style siehst im Anime, du sagst nicht, das sieht nach Tokyo Ghoul aus. Sondern wenn du das jemandem zeigst, der noch nie Tokyo Ghoul gesehen hat, oder mal so beiläufig, sag ich jetzt mal, Tokyo Ghoul gesehen hat, der wird dir nicht sofort aus der Kanone geschossen und sagen, Au, das sieht aber aus wie Tokyo Ghoul. Nein, in der Regel wird der sagen, das könnte jeder Anime sein. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit Serien wie Death Note oder mit Serien wie Attack on Titan, Attack on Titan hat auch wieder einen sehr, sehr einzigartigen Art-Style mit sehr krassen Gesichtsausdrücken. Da sagen die Leute sofort, ey, das ist ein besonderer Art-Style, das ist wahrscheinlich Attack on Titan, das ist wahrscheinlich Death Note. Oder das ist wahrscheinlich One Piece. One Piece ist auch so eine Sache. Natürlich hat auch mit der Zeichnung zu tun, die im Manga die Vorlage gedient hat. Aber trotzdem muss man sagen, dass das Ganze hier im Anime ein bisschen generisch rübergekommen ist. Es sieht sehr, sehr normal aus, es sieht nicht so besonders aus. Klar, es gibt Szenen, die sehr, sehr gut gemacht sind, auch im Tokyo Ghoul Anime tatsächlich, aber die sind einfach wirklich Mangelware, will ich schon fast sagen. Und die sind auch meistens nur in der ersten Staffel von Tokyo Ghoul zu finden. Deswegen finde ich, dass der Art-Style nicht so gut umgesetzt wurde. Dazu muss man aber auch sagen, dass der generelle Art-Style aus dem Manga auch schwer in Anime-Form umzusetzen ist, weil er, glaube ich, im Anime nicht mehr so gut aussehen würde. Also wenn man jetzt wirklich eins zu eins gesagt hätte, man nimmt den Style wie Sui Ishida, den im Manga hat und versucht den als Anime-Form umzusetzen, dann wäre das schon schwierig geworden und das natürlich aufgrund des Aspekts dieses Künstlerischen, was ich vorhin angesprochen habe. Wie gesagt, Leute, alles nur meine Meinung hier. Als nächsten Aspekt kommen wir zu den Animationen. Ja, Leute, und da hört es schon ein bisschen auf. Denn gerade diejenigen von euch, die Tokyo Ghoul Re gerade schauen, die werden wissen, dass Animationen da nicht gerade groß geschrieben werden. Ja, es ist sehr unflüssig an vielen Stellen. Klar, es gibt Szenen, die dann wirklich mal, ich will gar nicht sagen gut aussehen, aber okay aussehen. Aber alles in allem sieht das Ganze nicht, sondern nicht gut aus. Hier vermischt sich auch ein bisschen dann der Art-Style mit den Animationen und sorgt für ein Gemisch bei mir, wo ich sage, das sieht nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe und das hätte ich gerne besser gehabt. Und das ist genau der Punkt, Leute. Nicht-flüssige Animationen in Kombination mit einem Art-Style, der Tokyo Ghoul nicht gerecht wird, sorgen für ein Bild, meiner Meinung nach, für ein Bild des Anime, was so eigentlich gar nicht der Manga-Vorlage gerecht werden kann. Ja, es gibt sehr viele unflüssige Szenen. Es sind zum Beispiel Szenen, wo die Charaktere aufeinander clashen und dann einfach wir 10 Sekunden lang ein Standbild haben und die sich angucken, anstatt da irgendwie wirklich Bewegung drin ist. Das sieht man ganz besonders, wenn man mal die Folgen ein bisschen runterstellt. Ja, auf 50% der Geschwindigkeit nur. Dann sieht man wirklich die Bilder sehr, sehr gut, wie zum Teil die Bilder wirklich so abgehackt werden. Und ja, das ist einfach nicht gut, Leute. Das muss man sagen. Klar, in der ersten Staffel von Tokyo Ghoul war das noch besser tatsächlich. Ist ja auch die Staffel, wo selbst die Manga-Leser noch sagen, die ist einigermaßen gut umgesetzt worden. Lustig übrigens, dass damals, als die erste Staffel rauskam, viele Manga-Leser noch gesagt haben, boah, ne, die erste Staffel, auch generell der Tokyo Ghoul der Anime, ist nicht gut umgesetzt. Wird dem Manga überhaupt nicht gerecht. Die Manga-Leser sind heute tatsächlich die, die dann jetzt dastehen und sagen, ganz ehrlich, die erste Staffel war gar nicht so schlimm. Die war eigentlich noch relativ gut im Vergleich zu dem, was wir später bekommen haben. Vor allem, wenn man sich dann später noch anschaut, was da gekommen ist. Und da können wir auch wieder den Übergang machen, Leute, zur Story-Adaption. Ja, die Story-Adaption bei Tokyo Ghoul ist einfach absoluter Bullshit. Tut mir leid, dass ich das so klar und deutlich sagen muss, Leute. Aber das ist wirklich die unterste Schublade, was wir hier bei Tokyo Ghoul geliefert bekommen. Und ich rede hier nicht nur vom normalen Tokyo Ghoul, sondern ich rede hier auch von Tokyo Ghoul Re. Ich rede sogar von der Monströsität namens Staffel 2 bei Tokyo Ghoul. Es ist wirklich alles nicht gut umgesetzt. Während Staffel 1 natürlich noch sich mehr oder weniger an der Story hält, macht aber schon Staffel 1 Unterschiede. Schon Staffel 1 macht es so, dass hier wirklich Sachen unnötig geändert wurden. Ich sage explizit geändert, nicht weggelassen, sondern geändert wurden, die man nicht hätte ändern müssen. Des Weiteren macht Staffel 1 natürlich den Fehler, dass es Sachen auslässt. Natürlich nicht im Ansatz so viele Sachen wie Tokyo Ghoul Re jetzt gerade auslässt, aber trotzdem hat Staffel 1 schon viele Sachen ausgelassen, die man nicht hätte auslassen müssen und die man so in 2-3 Minuten oder mit einer Folge mehr schon hätte beantworten können. Schade an dieser Stelle. Aber natürlich wird das Ganze dann später getoppt von Staffel 2, Leute. Denn Staffel 2 ist einfach komplett Filler, hat nichts mit der Story zu tun und sorgt dafür, dass Anime-Zuschauer überhaupt nicht checken, was später bei Tokyo Ghoul Re abgeht. Wirklich gar nicht. Können sie auch nicht. Weil nichts, was man sieht, in Tokyo Ghoul Staffel 2 irgendwie Relevanz hat. Nichts, Leute. Man kann es wegschmeißen. Man kann die zweite Staffel von Tokyo Ghoul einfach auslassen. Man braucht sie nicht schauen. Und das ist natürlich absolut keine gute Story-Umsetzung vom normalen Tokyo Ghoul. Es sind ja quasi zwei separate Manga. Tokyo Ghoul und Tokyo Ghoul Re. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu Tokyo Ghoul Re, Leute. Und da war ich ehrlich gesagt, ich sage mal, erst guter Dinge. Mehr oder weniger. Denn die erste Hälfte von Tokyo Ghoul Re, also die ersten zwölf Folgen, die waren gerusht. Versteht mich nicht falsch, Leute. Die waren gerusht. Es wurden viele Sachen ausgelassen. Aber es war immer noch so, dass man ein bisschen mitkam. Mehr oder weniger. Es war natürlich nicht im Ansatz gut. Versteht mich nicht falsch. Aber es war noch so, dass du dir gedacht hast, okay, das kann ich mir noch angucken. Aber was dann in dem zweiten Part passiert ist, Leute, also in der aktuellen Staffel, die jetzt gerade läuft, von Tokyo Ghoul Re. Okay, das ist einfach, da, da hört es auf, Leute. Da ist wirklich dann unterste Schublade. Da ist nichts mehr so, wie es sein sollte. Hier wurden Dinge abgeändert, die so im Manga nicht waren. Hier wurden Dinge ausgelassen, die so wichtig sind für Story-Entwicklung und alles Weitere. Und Story-Entwicklung, Leute, ihr wisst das, ist für mich mega wichtig. Und es wurde einfach alles weggeschmissen. Alleine von Kaneki. Die ganzen verschiedenen Persönlichkeiten. Wir haben, wenn man die Serie jetzt mal so anschaut, haben wir eigentlich nur wirklich zwei Persönlichkeiten gehabt. Und das ist einmal Heise und das ist der Kaneki, wie wir ihn quasi in Staffel 1 hatten. Mehr oder weniger. Weil Staffel 2 war nicht Canon. Und deswegen waren die eigentlich so die einzigen, die wir wirklich gezeigt bekommen haben. Die wir mehr oder weniger verstehen konnten. Aber die anderen Persönlichkeiten haben wir alle nicht gezeigt bekommen. Und das ist einfach nicht gut, Leute. Und das ist natürlich dem Ganzen verschuldet, dass hier gecuttet wurde, wo es nur ging. Wir haben in einer Folge, Leute, in einer Folge, haben wir zum Teil 10 Manga-Kapitel. Manchmal wird auch einfach ein ganzer Arc übersprungen. Ist auch schon vorgekommen, oder? Naja, nicht komplett ganz, aber schon zum größten Teil ein Arc übersprungen. Und das ist einfach nicht gut. Das ist eine unglaublich schlechte Story-Adaption. Sorgt bei den Zuschauern dafür, dass sie nichts mehr checken und dass sich einfach nur noch aufgeregt wird. Und das zum Teil auch von Anime-Onlys, die ja die einzigen sind, die den Manga irgendwie, beziehungsweise den Anime, ich sollte sagen den Anime, verteidigen. Ja, die sind die einzigen, die den Anime noch verteidigen, die Anime-Onlys, weil sie eben nicht wissen, was im Manga passiert oder was ausgelassen wird. Obwohl sie so wenig checken. Und deshalb kann man hier wirklich glasklar sagen, von der Story-Umsetzung, wirklich, von der Story-Umsetzung ist Tokyo Ghoul mit Abstand das schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Ich persönlich. Ich habe über 200 Anime gesehen, Leute. Und ich kann ohne Probleme sagen, dass Tokyo Ghoul die schlechteste Anime-Umsetzung ist, was die Story angeht. Ja, also das Schlechteres habe ich nie gesehen. Man kann sich über Serien aufregen, wie Berserk, wo der CGI-Style adaptiert wurde. Ja, was wirklich da nicht geil aussieht und so. Aber da bleibt die Story wenigstens noch da. Das ist bei Tokyo Ghoul einfach überhaupt nicht der Fall. Es wurde so viel gecuttet. Es wurden Dinge geändert. Ja, es wurden Dinge einfach abgeändert, Leute. Hier wurden Charaktere an verschiedene Positionen gebracht. Einfach nicht gut, Leute. Es ist einfach nicht schön anzusehen, was mit Tokyo Ghoul gemacht wurde in Anime-Form. Was die Story angeht. Aber Leute, ich will dieses Video hier ja nicht nur negativ mit dem Anime von Tokyo Ghoul beenden, sondern ich will natürlich auch noch etwas Positives sagen. Denn, Leute, tatsächlich hat der Anime von Tokyo Ghoul auch etwas Positives. Und das ist, es werden viele von euch natürlich schon wissen, die Musik. Die Musik von Tokyo Ghoul ist bombastisch. Sie ist so schön, wenn man sich die Lieder anhört. Licht und Schatten zum Beispiel ist eines meiner Lieblingslieder, was ich immer wieder hören kann, wenn ich mich erholen möchte. Oder auch, wenn ich mal schlafen gehen möchte, ja, dann mache ich das Lied an und kann dazu einfach komplett relaxen. Oder Glassy Sky ist auch ein super Track. Und über das Opening, Leute, ja, über das Opening Unravel wollen wir gar nicht erst reden. Denn das ist so mit eines der besten Anime-Openings und Lieder auch, die ich je gehört habe. Und da sind sich viele einig, ja. Das ist ja auch schon ein Meme, ja. Dieses Oshiete, Oshiete. Das ist ja schon ein Klassiker, Leute. Es ist ein absoluter Klassiker. Und da kann man auf jeden Fall sagen, wenn sich bei der Anime-Adaption nur halb so viel Mühe gegeben worden wäre, wie bei der Musik, dann hätten wir eine relativ dezente Anime-Adaption. Aber ist eben nicht so. Die Musik ist bombastisch geworden bei Tokyo Ghoul. Dafür ist der Rest auf der Strecke geblieben. Ganz besonders die Story. Animation und Artstyle kann man noch drüber streiten, kann man immer drüber streiten. Aber wo man nicht drüber streiten kann, Leute, ist absolut die Story-Adaption. Da gibt es für mich nichts schön zu reden. Auf gar keinen Fall. 0% kann mir irgendjemand ankommen und sagen, dass Tokyo Ghoul eine gute Story-Adaption hat. Das ist absoluter Bullshit. Das werde ich niemals unterschreiben. Und das wird auch jeder, der den Manga gelesen hat und sich mit dem Medium auskennt, wird das genauso sagen wie ich. Oder Manga-Leser, seid ihr da meiner Meinung? Ich denke, ihr stimmt mir dazu. Aber Leute, jetzt haben wir uns das Ganze hier angeschaut. Ich bin jetzt mal auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Alles, was ich hier gesagt habe, war meine Meinung bezüglich dieser vier Aspekte. Falls ihr da unterschiedlicher Meinung seid, schreibt das unbedingt mal in die Kommentare, damit wir hier einen Austausch haben. Denn ich tue mir wirklich schwer, Leute, das irgendwie anders zu sehen, als so, wie ich es gerade hier in meinem Video präsentiert habe. Ich tue mir auch gerade ein bisschen schwer, Reviews zu machen zu Tokyo Ghoul. Deswegen kam dieses Video hier, weil die Adaption einfach wirklich nicht gelungen ist. Sie ist einfach nicht gut. Das war auch der Anlass für dieses Video. Eure Meinung jetzt zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben supporten würdet. Ich werde dann wahrscheinlich auch die letzten Folgen von Tokyo Ghoul reviewen dann noch zum Abschluss dieser ganzen Serie hier. Denn es wird ja nicht weitergehen. Der Anime wird den Manga zu Ende adaptieren auf eine grausame Art und Weise. Aber was müssen wir machen, Leute? Wenn das gefallen hat hier, dann natürlich ein Like. Und auch gerne abonnieren, kostenlos, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Twitter, Instagram und Discord, alles unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch dann, Leute, wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich sage tschau und tschüss und hoffe, wir hören uns spätestens im nächsten Video wieder.